Hier sind die Volksstationen. Das ist sehr schön, wir haben sehr viel Holzsammbrot. Mohn, Sesam, das ist alles da, was wir machen. Hier ist die Hautsaum. Die ganzen Gerötze. Und hier haben wir dann die Suppenstation. Hier haben wir sich dann schön eine leckere Suppe. Heute gibt es Tomatensuppe. Hier ruft man nach Hubert. Die werde ich mir jetzt gleich und alles schön auch in Deutsch beschreiben. Dass jeder weiß, was er isst.